Mein Name ist Radim Chwal, ich bin IT-Projektmanager in der Firma DB Schenke im Bereich Dokumentmanagement, Inputmanagement und Outputmanagement. Die Firma DB Schenke ist 100%ige Tochter von Deutsche Bahn und wir sind einer von den größten Anbietern im Bereich Logistik und Transportation. In Österreich, wo ich sitze, haben wir Zentrale für Situs Europa, das berührt Länder von Tschechien bis der Türkei. In 2002 und auch die Jahre vorher haben wir viele Herausforderungen gehabt. Der Logistik- und Transportation-Bereich generiert viele Dokumente. Diese Dokumente müssen wir irgendwo archivieren oder auf dem Papier bearbeiten. Und wir haben in 2002 einen starken Partner gesucht, der uns eine von den besten Lösungen anbieten kann. Wir haben auf den Markt nachgeschaut und aufgrund gewisser Kriterien haben wir für SAPRO entscheidet. Die Kriterien waren zum Beispiel schnelle Integration mit unseren Systemen, die Unterstützung in südoseuropäischen Ländern, die Unterstützung bei verschiedenen Sprachen und natürlich auch so schnell wie möglich das bei uns einsetzen. Und das waren die Gründe, warum wir für SAPRO entschieden haben. Wir haben SAPRO seit 2003 in Österreich und in Südoseuropa in Einsatz und später wurde SAPRO für globale Schenkeplattform für Dokumentmanagement eingesetzt. Wir haben mit SAPRO ein Projekt, elektronischer Speditionsakt, implementiert und dieses Projekt inkludiert alle Ausgangsrechnungen, Ausgangsdokumente, Eingangsrechnungen und verschiedene Eingangsdokumente und Liefersteine und so weiter. Das haben wir mit dem Projekt auf einer Seite digitalisiert und auch elektronisch bearbeitet. Wir haben das gerechnet und nach der Analyse können wir pro Jahr ca. 23 Tonnen Papier nur mit diesem Projekt sparen. Und die Prozesse, die wir mit SAPRO-Lösung jetzt abgedeckt haben, haben wir standardisiert. Die Benutzer können jetzt die Dokumente schnell finden, mit der Revision sicher kontrollieren, wo die Dokumente sind. Und natürlich haben wir dort ein großes Kostenpotenzial, weil alles ist schnell gelaufen, alles ist kontrollierbar und übersichtbar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.